Etwas, was dich interessiert? Ja, also ich muss sagen... Ja, äh... Etwas, was dich interessiert? Ja, also ich muss sagen... Ja, man gibt ja immer das Beste und bis jetzt ist es relativ gut gegangen. Etwas, was dich interessiert? Ja, also ich muss sagen... Ja, das ist jetzt mein Label, das ich schon seit ein paar Jahren lanciert habe. Und alle Produkte, sei es das Renzepier oder die Würste oder der Blumentallenkäse, was jetzt auch gekommen ist, wird das Label aufgedruckt und so gewisse Wiedererkennungswerte geben und das wird jetzt versucht aufzubauen und... Ja... Es ist unterschiedlich, also zum Teil muss man einfach mal eins sagen, es ist einfach gut, wenn jeder Mr. etwas anders ist und das sollte... Ja, äh... Dementsprechend ist auch jeder Mr. anders, vom Charakter, vom Typ her. Der Gestank vom Stall, der ist mir auch ein bisschen geläufiger oder ein bisschen bekannter und das... Da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, aber auch das geht. Etwas, was dich interessiert? Ja, also ich muss sagen... Also mittlerweile kommen wir das fehlerfrei. Und das ist ja auch nicht so schwierig, also... Ähm... Etwas, was dich interessiert? Ja, also ich muss sagen... Es hat sich verändert. Früher habe ich ein bisschen machen, was ich will und jetzt bin ich ein bisschen verpflichtet, um zu schauen, dass es beim Rechten ist, zu Hause und so weiter. Aber...